Alle Söhne lieben ihre Väter, aber ich habe meinen verehrt. Weil er mich mitnahm in die Wunderwelten, die er in seinem Kopf erschuf, weil er mich berauschte mit seinen Worten. Es gab noch ein Versprechen, das er mir schon früh abnahm, nie meiner Mutter zu erzählen, wovon seine Geschichten handelten. Am Ende bleiben die Zedern es eine Geschichte über die Suche nach den eigenen Wurzeln, die Suche nach der Heimat. Und es ist eine Geschichte über die Wurzeln des Naos-Konflikts. Eingebettet in die Geschichte Samies, der in den Libanon aufbricht, um seinen Vater zu finden, der vor 20 Jahren spurlos verschwunden ist. Heute heißt es, ich sei nicht schuld daran, und dass ich Mutter nicht hintergangen hätte, weil ich ihr alles verschwieg. Sie sagen es, weil sie nicht wissen, dass es Momente gab, in denen sie mich schüttelte und anflehte, die Wahrheit zu sagen. Sie sagen, selbst wenn du alles anders gemacht hättest, was hätte es geändert? Aber die Wahrheit ist, ihre Worte bedeuten nichts, weil ich es besser weiß. Ich betrachte sowohl Deutschland als auch den Libanon als meine Heimat. Zum Libanon habe ich einfach aufgrund meiner Familie dort schon immer ein sehr emotionales Verhältnis gehabt. Und darum war es mir wichtig, nicht nur die Geschichte einer Familie zu erzählen, die zwischen diesen Ländern hin- und hergerissen ist, sondern auch die Geschichte eines Landes mitzuerzählen. Und ich glaube, dass die Kenntnis der Geschichte des Libanon dabei helfen kann, die Tatsachen und Aspekte besser zu verstehen, mit denen wir auch hier in Deutschland gerade jeden Tag konfrontiert werden. Und ich glaube, dass die Geschichte des Libanon dabei ist, dass die Geschichte des Libanon dabei ist, Und ich glaube, dass die Geschichte des Libanon dabei ist, dass die Geschichte des Libanon dabei ist, Und ich glaube, dass die Geschichte des Libanon dabei ist, dass die Geschichte des Libanon dabei ist, dass die Geschichte des Libanon dabei ist.